Ich bin nach diesem bösen Virus mit C gefragt worden und inwiefern dieser Auswirkungen auf die Kreditvergabe bei Banken hat. Und ja, das Ganze ist Teil, oder die zweite Frage einer Presseanfrage, die ich bekommen habe und wo ich letzte Woche schon das erste Video zu gemacht habe. Da ging es um die, im letzten Video ging es um die Immobilienpreise. Wie gesagt, heute lautet die Frage wie folgt. Gibt es durch Corona Auswirkungen auf die Kreditvergabe bei Baukrediten und gibt es andere Fremdkapitalgeber als Banken für Bauherren? Am meisten haben die eigentlich wieder die Selbstständigen gelitten unter den Maßnahmen der Banken, weil hier sind die Kreditinstitute wirklich vorsichtig vorgegangen. Also jeder, der nur annähernd irgendwie durch die Maßnahmen betroffen sein konnte, wurde im Grunde erst mal abgelehnt. Jetzt hatte ich schon länger keinen Selbstständigen mehr, deswegen war es jetzt aktuell nicht so, wie es um die, oder ob sich die Situation für die Selbstständigen wieder verbessert hat. Grundsätzlich war die Situation immer die, oder die direkte Auswirkung hatten die Selbstständigen. Indirekte war natürlich durch zum Beispiel Kurzarbeit. Also alle Arbeitnehmer, die von Kurzarbeit betroffen waren, haben natürlich auch mal in die Röhre geguckt und hatten, wenn überhaupt, die Möglichkeit über ihre Hausbank eine Finanzierung zu bekommen. Das hat mit dem einen oder anderen Fall noch geklappt, aber ansonsten ist Kurzarbeit natürlich auch erstmal eine Sache, die die Banken dann gerne abwarten, bis sich das wieder normalisiert. Und ja, dritter Punkt war, die Vorsicht war natürlich am Anfang der Pandemie am größten. Da hatte ich auch einen Fall, der eigentlich schon eine Dahlenzusage seiner Bank hatte. Das war eine Sparkasse, der hatte er sogar schriftlich. Die Bank hat dann, nachdem der Virus mit C dann ausgebrochen ist, hat die tatsächlich ihre Dahlenzusage wieder zurückgezogen. Meiner Meinung nach hätte der Kunde dagegen vorgehen können, hat er nicht gemacht, ist bei Banken auch schwierig. Soll nur heißen, eine einmal getätigte Finanzierungszusage, wenn die Bank einen wichtigen Grund sieht, diese Zusage zurückzuziehen, dann wird sie das machen. Weil die natürlich wissen, dass man, wenn man gegen eine Bank klagt, hat man eigentlich, zieht man immer den Kürzeren. Es sei denn, man hat einen siebenstelligen Betrag im Konto und Geld spielt keine Rolle. Genau, der zweite Teil der Frage bezog sich auf die anderen Möglichkeiten, die Bauherren haben, an Geld zu kommen. Ich persönlich habe in der ganzen Zeit, in der ich das Geschäft jetzt mache, das ist jetzt mittlerweile auch schon seit 1997, also schon sehr lange, eigentlich nur den Bereich Mietkauf, den ich als Alternative kenne. Natürlich gegen andere Fördermaßnahmen, die auch nicht direkt mit Banken zu tun haben. Ich denke mal, das war jetzt hier nicht gemeint. Der Mietkauf ist, wie gesagt, schon sehr lange auf dem Markt, wobei ich persönlich jetzt wirklich keine einzige Anfrage hatte, die mich direkt angefragt hat, ob ich Mietkauf auch mache. Wenn Sie das Thema interessieren sollte, so kenne ich natürlich jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt. Wenn Sie da mehr darüber wissen wollen, kommen Sie gerne auf mich zu. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite oder Sie fragen ihn mir einfach über, über, unter dem Video an, über die Kommentarfunktion. Genau, und dann war es das auch schon wieder zu dem Thema. Wenn Ihnen das gefallen hat, Sie das interessant fanden, lassen Sie mir gerne einen Daumen hoch da, teilen Sie das gerne, das Video, und dann geht es nächste Woche mit einer genauso interessanten Frage weiter. Da geht es auch nochmal um Kurzarbeit, Firmeninsolvenzen und das Statistische Bundesamt. Also, dann würde ich mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute.